Ja Leute man, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu CODBO3. Wir zocken wieder Combine und wieder die verfluchte Modi-Herrschaft, weil es einfach die längste Modi ist in dem Game. Und warum immer wieder Combine kommt, ich weiß es nicht, Alter. Ich werde demnächst echt mal irgendwie umstellen müssen, dass hier auch mal andere Maps kommen, weil immer nur Combine... Ich meine, die Map ist mega, ja. Aber immer nur Combine, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Alter. Ich hoffe, dass wir jetzt hier wieder ein paar Punkte sammeln können. Die letzten Parts waren ja eigentlich ziemlich geil. Aber ich bete immer zu Gott, dass ich doch ein bisschen Punkte sammeln kann hier. Aber meist, wenn ich das tue, oder meist, wenn ich mich bedanke, dass ich gut bin, bin ich gleich wieder mega schlecht. Am besten gar nichts sagen, einfach nur stillschweigend. Na komm. Trauen sich nicht, okay. Assist. Shit. Shit. Ich hab nicht mal mein Fahnenkreuz gerade gesehen, Alter. Wir haben A verloren. So krass versteckt war das. Verbündetes Verstärkungsschutz eingesetzt. Charlie wird gesichert. Charlie ist abgesichert. Outrider erledigt. Scheiße. Scheiße, Mann. Ich wollte ihn eigentlich noch wegholen. Ich wollte ihn eigentlich noch wegholen. Ah, es wird nix, es wird nix. Es funktioniert nur in meinen Träumen hier, was ich vorhabe. Boah, Alter. Wie kann man so verhauen? Wie kann man so verhauen, Alter? Das war richtig verkackt gerade. Boah, letzter Schuss, Mann. Letzter Schuss hat noch geklappt. Verbündete Hellstorm unterwegs. Wir verlieren B. Seraph erledigt. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Profit erledigt. Ich kann nochmal nachladen hier. Oh, nice. Nice. Das Ding hat zumindest gesessen, ey. Das ist ja schon mal was. Komm, wir gehen mal hier rüber. Shit. Es wäre auch zu geil gewesen, wenn der gesessen hätte. Es wäre zu geil gewesen. Aber so viel Glück habe ich leider immer nicht. Ich habe nur Pech. Ich habe nur Pech. Komm, 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 komm. Verbündete Vorräte nähern sich. Verbündete Drohne nähern sich. Infanterie erledigt. Shit, 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 shit. Die wissen, dass ich hier bin. Die wollen mich jetzt bestimmt auch holen, ja. Pech gehabt. Das sieht gut aus. Macht mit der Mission weiter. Nun Assisten, heutigen Scheiß-Assisten. Glück gehabt, Mann. Der ist erledigt. Komm, 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 komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Richtig nice. Richtig nice, Mann. Oh, geil geschossen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Halbzeit. Halbzeit. Nächste Runde. Versuchen wir doch, Mann. Alter, wir haben direkt einen Hellstorm, ist ja geil. Achso, müssen wir noch kurz warten hier. Wo sind meine Leute, wo sind meine Homies? Keine Ahnung, hat nichts gebracht, war scheiße. War total scheiße. Aber es rain. Oh shit, was war das? Scheiß Geschütz, okay. Hellstorm unterwegs. Oh fuck. Ja. Richtiger Fehler, Mann. Ich hab gedacht, ich kann irgendwie hier durchjumpen und dann den Hechtsprung machen. Und ein paar Leute wegholen. Aber das war ein großer Fehler, ein Irrtum. Wie sich herausstellen sollte. Alter, was geht hier ab, Mann? Sehr schön. Ich liebe es, wenn die Dinger nicht sitzen. Ich liebe es wirklich. Ich hab gedacht, da kommt jemand. Das war wieder mal falsch gedacht. Hier ist clear. Aber hier hinten, Junge, Mann, pass auf, Alter. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Mann! Fünf Schüsse in den Kopf und trotzdem lebt er noch. Oh nee, da steht einer von uns. Da ist nix. Auch ein Fehler. Oh, fuck, Mann. Kann man so verhauen? Wie kann man so verhauen? Nein! Nein! Schön reingesprungen. Ich weiß auch nicht, Mann, diese Runde haben wir so wenig drauf. Abgeschossen. Boah, Alter. Richtig geil, Mann. Richtig geil, Alter. Lange sprintet und der Olnohai nur mitgegeben. Alter. Verbündete Drohne nähert sich. Alter. Wir verlieren C. Wir haben noch nicht gewonnen. Was ist deiner Luckshot? Der Feind hat C. Keine Punkte mehr gesammelt, verdammt. Verbündete Vorräte näher. Junge, blockier mich hier nicht. Vorräte unterwegs. Verbündete Drohne nähert sich. Wächter eingesetzt. Hier ist clear. Oh Mann, es ist schon wieder zu Ende hier. Schon wieder zu Ende, das Ding. Wir haben noch mal nicht schlecht geschossen, eigentlich. Das ist eigentlich nicht verkehrt, Mann. Der Aim von einigen ist richtig gut. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Schau aufgerissen, Leute. Wir sehen uns in der Basis. Okay. Ein Schuss, ein Treffer. Wirst es nicht mal hören. So, wo stehen wir? Wir stehen nicht auf dem Podest mit drauf. Ja, diesmal war es jetzt nicht so geil. Diesmal waren wir nicht so gut. Und? Und 1910. Naja, es geht auch. Es geht auch. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch. Da schreibt Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Ich versuche sie alle zu beantworten. Abonniert den Kanal, falls ihr dies noch nicht getan haben solltet. Verpasst somit keine brandheißen, brandneuen Videos mehr. Und ihr wisst, 2016 ist vollgepackt mit ultrageilen Games. Also wir sehen uns wieder hoffentlich. Tschüss.